Hallo, hier ist Rosemarie Engel und ich hatte ja vor, ein Weidenhaus zu machen und ja, man sieht an den Stielen, an den Stammen, dass das halt hier schon länger, schon ältere Bäume sind. Also meine sind ja ungefähr so dick. Das dauert ein bisschen, bis meine dann so stark sind. Ja und ich bin gespannt, wie es wird, aber ich habe gedacht, da ich jetzt mal eins sehe, also die haben halt so eine Unterkonstruktion gemacht und dann haben die das, da ich das aber rund machen will, geht das wahrscheinlich bei mir nicht. Ja und ich werde das auch so ein bisschen flechten. Ja, aber das ist jetzt schon mal, dass man sieht, was ich vorhabe. Also das Dach war eigentlich auch mal geformt. Also ich bin gespannt und ich bin vor allem gespannt, ob diese Äste, die ich habe, Wurzeln ziehen und auch so schön wachsen. Ja, mit dem schönen Bild vom Himmel verabschiede ich mich und ja und bald fange ich an zu bauen, wenn es geregnet hat, werde ich anfangen zu bauen.